Hallo zusammen, Aizoke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Gesucht Mavanar der Donnernde, anzunehmen bei Gesucht Mavanar der Donnernde, das ist dieser Zettel hier, auf den Ebenen von Onawa, in dieser Position. So, dann geht es in diese Richtung und das ist mal ein Mob, der sich in keiner Höhle versteckt. Hier müssen wir landen und hier ist er. Mavanar der Donnernde, greife mal an, ist eine Gruppenquest für 3 Spieler, also nicht wundern, wenn ihr den nicht alleine schafft. Es sind noch einige zufällige Spieler mit dabei und ich helfe mir bzw. sie machen auch diese Quest ganz zufällig. Ich bin hier nämlich in der Beta. Also, an dieser Position ist dieser Mob. Jetzt ist die Quest aber noch nicht bereit zur Abgabe, denn wir müssen ihn noch looten. Hier. Wir benötigen Mavanars Donnerplatte. Die Quest ist bereits zur Abgabe. Es geht in diese Richtung und hier dürfen wir landen. Best ist abzugeben, bei Khans Wache Jebotai, auf den Ebenen von Onawa, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.